Ich geh mal kurz auf das Handy und auf einmal war er weg. Mitchell, wir bremsen uns ein bisschen... Warte, ich überholke. Na, Alter! Ich komm mit den Beendern, Mann. Liegt irgendjemand von euch? Oh, oh, oh. Alles gut? Ja, die... Okay, bleib stehen. Stopp, stopp, Stiggy hat hier ein kleines Problem. Ja, danke, dafür. Pass auf, hinter die Achtung. War nichts. Sorry, ich bin nur schneller in Gang gekommen. Schon wieder mit... Oh, ey, das ist nicht dein scheiß Ernst, ne? Das wollte ich nicht, ich konnte nicht... Du bist so ein Stück Scheiße-Patrick. Ich konnte nicht... Bitte klipp das irgendwie, Alter. Ey, du kannst so froh sein, du kannst Spiele... Achso, du kannst so froh sein, ne?